Ich sage immer, unsere Haut spricht mit uns und es liegt an uns zu verstehen, was sie braucht. Im Alltag ist fast jeder Mensch bestimmten Einflüssen ausgesetzt. Das können Einflüsse sein, die von innen kommen oder von außen. Innerliche Einflüsse sind oft seelische Belastungen, Stress, Schlafmangel, vielleicht auch schlechte Ernährung. Äußere Einflüsse können Luftverschmutzung sein, auch die Sonneneinstrahlung oder das Blue Light, das von den Computerbildschirmen oder Fernseherbildschirmen ausgestrahlt wird. Die Hälfte der Schönheit macht eine gute Reinigung aus. Es ist wichtig, dass wir unsere Haut morgens und abends täglich reinigen. Ein weiterer Pflegetipp ist noch, dass wir weniger Pflegeprodukte in unserem Regal im Badezimmer stehen haben, dafür aber die richtigen Pflegeprodukte für unseren Hauttyp und auch qualitätsvolle Pflegeprodukte verwenden. Meine Eltern haben 1979 die beiden Drogerien in der Wiener Wollzeile übernommen und unter dem Namen Staudigl weitergeführt. Im Jahr 2013 habe ich die Geschäftsführung dann übernommen und mittlerweile unterstützen mich auch mein Bruder und meine Schwägerin im Unternehmen und da sind wir ein echtes Familienunternehmen geworden. Mein Name ist Christina Wolf Staudigl vom Reformhaus und der Naturparfümerie Staudigl. Bis bald bei Ihren Wiener Drogisten und Drogistinnen.